In diesem Video geht es um das Heilige Römische Reich. Ich erkläre dir, was das war und wie es entstanden ist. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen über den Verlauf und das Ende des Reiches. Das Heilige Römische Reich, auch bekannt als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, war ein Gebiet in Mitteleuropa, das von 800 bis 1806 existierte. Es war ein komplexes politisches Gebilde, bestehend aus Hunderten von kleineren Königreichen, Herzogtümern, Grafschaften, Fürstentümern und freien Städten. Die Wurzeln des Heiligen Römischen Reiches gehen zurück auf das Jahr 800, als Karl der Große, König der Franken, von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt wurde. Damit entstand ein politischer und religiöser Bund, der die Traditionen des alten Römischen Reiches wieder aufleben lassen sollte. Allerdings war das Reich zu dieser Zeit weit entfernt von einem zentralisierten, einheitlichen Staat, wie er heute bekannt ist. Stattdessen bestand es aus vielen verschiedenen Gebieten, die jeweils von lokalen Herrschern regiert wurden. Die goldene Ära des Heiligen Römischen Reiches begann im 10. Jahrhundert und dauerte bis ins 13. Jahrhundert. Diese Periode ist auch als das Hochmittelalter bekannt. Es war eine Zeit großer kultureller und intellektueller Blüte. Während dieser Periode konnten die Kaiser ihre Macht konsolidieren und die Autorität des Reiches festigen. Die späte Phase des Heiligen Römischen Reiches vom 15. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war geprägt von politischen Veränderungen und Konflikten. In dieser Zeit fand die Reformation statt, eine religiöse Bewegung, die die katholische Kirche herausforderte und zu einem Bruch innerhalb des Reiches führte. Das Heilige Römische Reich endete offiziell im Jahr 1806. Kaiser Franz II. löste es auf, nachdem Napoleon Bonaparte, der französische Kaiser, einen großen Teil Mitteleuropas erobert hatte. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches formierte sich Europa neu. Daraus entstanden moderne Nationen wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und andere.